Also ich finde diese Farm ja schon ganz schön, diese XP-Farm, aber die ist mir irgendwie zu langsam. Ich weiß nicht warum, ich glaube ich sollte da irgendwas dran ändern, oder? Bevor wir mit irgendwas anfangen, herzlich willkommen zurück zu UpdateCraft Folge 9. Ich würde sagen, wir sind soweit und verzichten auf unser Essen und graden ein bisschen ab... Ich brauche Emeralds, ich finde wir graden jetzt endlich ab und ich habe einen neuen Villager und der heißt Thomas. Grüße gehen raus an Thomas und der gibt mir goldene Karotten, das ist nicht viel. Es wird gerade Nacht, also restockst du auch nicht, schade. Aber das wird auf jeden Fall jetzt erstmal unsere Essensquelle sein für die nächsten paar Tage, also für die nächsten paar Tage für immer an sich. Und das freut mich, dass wir endlich an dem Punkt angekommen sind, wo wir uns nicht mehr um Essen kümmern müssen. Falls ihr noch nicht wisst, was ich vorhabe, ich habe vor eine größere XP-Farm zu bauen und zwar nicht hier, sondern im End. Und das werden wir tun, aber dafür brauche ich ganz viele Leaves, beziehungsweise Blätter. Und wir haben ja zum Glück unsere kleine Baumfarm hier. Und die wird uns damit, ja, versorgen, würde ich sagen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das reichen wird, aber natürlich nicht noch von die komplette Farm. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Wolle und die kriegen wir von Schafen. Ich mache immer wieder denselben Fehler. Ich crafte Torches, Fackeln, und finde dann die Fackeln, die ich, ja, schon mal vorgecraftet hatte. Ja, hmm, passiert, oder? Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Hopper, am besten, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele. Aber schon vier. Vier ist, glaube ich, genug. So, und dann würde ich gerne noch auf jeden Fall noch ein paar Kisten mitnehmen. Habe ich hier Holz unten? Nicht wirklich viel, wie kommt's? Wie kommt's? Aber wir haben genug Holz oben. Wir haben so viel Holz, ne, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ich weiß, ich weiß nicht, wie ich dazu zustande gekommen bin, so viel Holz zu haben. Es ist einfach passiert. Ich habe keine Ahnung, warum. So, Kisten haben wir, Hopper haben wir, dann brauche ich am besten noch Daylight Sensors. Glas, dafür haben wir das ja hier. Da haben wir noch das Zeug und Glas, oder nicht? Glas, 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 Glas. Müsste ich auch jede Menge haben. Glas. Sand. Glas. Ja, da habe ich nämlich ein bisschen zu viel gemacht für, weil ich habe das voll überschätzt. So, ein paar Daylight Sensors, aber nur vier. Haben wir noch mehr Quarz? Bitte sagen wir, dass wir noch mehr irgendwo haben. Ähm, Quarz. Quarz. Kein Quarz? Kann nicht sein. Wofür habe ich das denn verbraucht? Wir haben eindeutig mehr Quarz gesammelt als das. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das ist ja komisch. Ich, auf jeden Fall, hole ich noch ein bisschen, damit wir mindestens neun von den Dingern, ähm, craften können. Weil das wäre schon relativ wichtig und am besten die Fortune Pickaxe benutzen. Ähm, muss ich jetzt nur ein bisschen was finden. Da. Okay, genau. Jetzt ist der Speed-Effekt weg. Hm, hm, hm. Aber mit Fortune 3 müssten wir ziemlich schnell ziemlich viel bekommen. Äh, stell dir mal vor, ich hab mich da draufgestellt. Deswegen hasse ich den Nether. Deswegen kann ich Nether einfach nicht ab. Das funktioniert einfach für mich nicht. Das ist einfach... Ich weiß nicht. Ich bin schon so oft gestorben im Nether. Und zum Glück bin ich noch nicht gestorben im Nether. Also, diese Staffel noch nicht im Nether gestorben. 38, das müsste reichen. Ne? Eine Pikmin-Farm könnten wir auch nochmal bauen. Theoretisch. Hier sind Endermänner, lol. Sowieso, ich sehe viel mehr Endermänner jetzt im Nether als in der Ober... Also, in der richtigen Welt. Das ist schon... Schon krass. Und jetzt muss ich sagen, ich weiß echt nicht mehr, was ich noch so brauchen könnte. Außer das, was wir jetzt mithaben. Deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach mal los. Zum End. Und machen da unsere Farm. Oh ja, stimmt. Das hier wollten wir noch irgendwie verschönern. Das geht nämlich überhaupt nicht. Geht halt wirklich gar nicht. Wie kann man nur sowas machen? Also, wie kommt man nur da drauf? Sowas irgendwie so stehen zu lassen. Also, überhaupt, dass es so... So... Gespawnt ist, sozusagen. Finde ich schon... Schon krass. Okay. Also, ist jetzt die Frage, wo wir das hinbauen? Ich würde es jetzt einfach sagen, wir bauen es hier hin. Hier so einfach übers Nichts. Wir müssen halt nach ganz unten. Wir sind jetzt auf Y-Level... Ähm... 54? 53? Wir müssen ganz nach unten auf Level 0, damit das funktioniert. Also, ich bin auf jeden Fall froh, dass es sowas wie eine Lightra gibt. Und... Weil sonst... Äh... Ja, wäre ich schon öfters gestorben. Sagen wir es so. Das wäre nicht schön geworden. Überhaupt nicht schön. Aber zum Glück haben wir sowas wie eine Lightra. Und, äh... Können dann auch mal aus Versehen vom Rand fallen. So, also, ich habe es jetzt schon geschafft, bis, äh... Auf Ebene 1 zu kommen. Jetzt mache ich das hier noch ein bisschen breiter, damit ich... Hier runter sprinten kann, ohne, ähm... Ja, das Gefühl zu haben, ich... Ich muss jedes Mal sterben. Falls ihr euch fragt, wie ich es geschafft habe, hier runter auf die Ebene 1 zu kommen. Ähm... Ich habe, äh... Ganz normal den Wassertrick benutzt. Und dann, äh... Ja, gebaut, bis es nicht mehr ging, ne? Genau, so habe ich das einfach gemacht. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der schön ist. Und zwar werden wir jetzt die Farm bauen. Und dafür müssen wir jetzt erstmal kurz F3G anmachen, damit wir die Chunks sehen. Und wir müssten... Wir suchen uns jetzt einen Chunk aus. Da müssen wir erstmal sowieso ein bisschen weiter weggehen jetzt von hier. Und dann nehmen wir jetzt einfach hier den nächsten Chunk. Und in dem machen wir dann die Farm. So, ich habe mir jetzt diesen Chunk hier ausgesucht. Also der hier, der jetzt hier kommt. Und ich hoffe, wir sind nicht zu nah an der Hauptinsel dran. Ich hoffe es einfach mal. Ich hoffe es einfach mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Perfekt. Dann, ähm... Brauche ich noch den anderen Block. Als ob ich jetzt die Chalker-Blocks da stehen gelassen habe. Also, ich bin auch so schlau. Also, es geht weiter. Wir brauchen jetzt unseren Hauptblock. Damit, dann nehmen wir da den hier. Ja. Dann gehen wir damit mal eins, zwei, drei. Apropos, ich weiß noch nicht von wem dieses Design ist. Ich weiß es echt nicht mehr. Aber, ich kann mir vorstellen, dass es auch von Nembom ist. Ich weiß es echt nicht mehr, von wem das Design ist. Muss ich leider euch mitteilen. Aber, das ist so alt. Und, ich will nicht wissen, wie oft ich dieses jetzt hier schon gebaut habe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Perfekt. Dann haben wir den ganzen Chunk hier ausgefüllt. So, damit haben wir eine Spawning-Plattform. Die genau im Chunk drin ist. Also, im Chunk drin ist. Und jetzt werden wir den nächsten Schritt machen. Und zwar müssen wir jetzt hier, ich hoffe, die Chalker-Box bleibt im Invent. Uff. Einfach nur Uff. Sieht schon geil aus mit den Chunk-Boarders an. Sieht schon nice aus. Falls ihr es noch nicht verstanden habt, wir bauen eine Enderman-XP-Farm. Also, just so you know. Und ich meine, ich habe, okay, ich habe noch ein bisschen. Ich glaube, wir müssen doch nochmal zurück und noch mehr Leaves holen. Sad. Und zwar müssen wir jetzt als nächstes, also ich habe jetzt hier mal eine kleine Plattform aufgebaut. So sieht sie ungefähr aus. Also, da kommen dann die Enderperlen, wenn wir sie abschlachten. So. Aber wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Endermänner halt hierher kommen wollen. Beziehungsweise extra hierher laufen. Und natürlich mögen Endermänner keine Endermite. Genau. Die Endermite, die kann man ja spawnen lassen. Das ist ja nichts leichter als das. Und ich glaube, auf diesen beiden brauchen wir gar keinen. Die nehmen wir weg. Genau. Und die Endermite, die, also die mögen ja nicht die Endermite. Das bedeutet, wir müssen eine Endermite spawnen. Und die muss auf das, auf die zweite Layer, also genau hier hin. Das bedeutet, wir bauen einfach mal jetzt hier ein paar Slaps hin. Kann ich da hochspringen? Ne, natürlich kann ich da nicht hochspringen. Aber ich könnte so da hochspringen. Genau. Okay. Deswegen würde ich sagen, wir spawnen die auf dieser Ebene. Warte. Ich weiß gerade nicht, welches genau die gleiche Höhe ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, okay. Das ist richtig. Dann würde ich sagen, wir machen hier eine kleine Plattform hin. Und versuchen, die zu spawnen. Die Endermite. Da die ja genau an der Stelle hier ankommen muss. Ich baue ich jetzt einfach mal so. Warte, ich mache das mal ein bisschen größer noch die Plattform. Ich will ja nicht drauf gehen. Wir können ja immer wieder alles abbauen. Oh, da ist sie. Okay, wir haben eine Endermite. Yep, die uns jetzt natürlich verfolgt. Komm, komm hier rein. Komm, komm mal hier rein. Komm mal hier. Yep, natürlich. Yep. Nice. Und sie verfolgt uns hier runter. Und es ist schon zu spät. Wir müssen sie töten. Ich habe sowieso einen Fehler gemacht, weil mir fehlt nämlich... Mir fehlt nämlich... Ähm... Ein Name Tag. Weil es darf ja nicht de-spawnen. So. Ich habe es jetzt fertig gebaut. Es sieht jetzt... So aus. Das ist jetzt die Spawnplattform. Wie ihr seht, spawnen die hier. Und ich musste auch die Insel ein bisschen... Ja, wie nennt man das? Mit Wasser bedecken. Damit das schöner aussieht. Und... Das ist die reinste XP-Farm. Am besten ihr habt eins ohne Fire, also ohne Flame drauf. Weil sonst können die sich ja zu euch hinterleportieren. Also wenn die jetzt hier stehen würde, könnten sich hier welche hin teleportieren, weil sie sauer auf mich sind. Weil ich sie ja... Ja... Ein Feuer gesetzt, ein Brand gesetzt habe, sozusagen. So passiert das nicht. Ihr dürft natürlich nicht vergessen, hier noch die... Die... Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt. Carpet heißt es auf Englisch. Und da hinzusetzen, weil sonst das XP halt in den Hoppern stecken bleibt. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr das baut, baut es auf jeden Fall so weit weg, dass ihr die Insel nicht mehr sehen könnt. Also dass sie nicht mehr in eurem... In eurer Render Distance drin sind. Weil wie ihr seht, hier sammeln sich jetzt die Endermänner. Genau. Und wir wollen ja nicht, dass noch woanders Endermänner spawnen, sondern nur... Nur halt an der Stelle. Ich habe auch den Beacon in einer Folge runtergesetzt. Der müsste eigentlich an sein... Ja genau, ich habe ihn hier hingesetzt. Also nach ganz unten. Damit er auf der ganzen Höhe halt ist. Also nur 90... Also nach oben komplett immer. Aber nach unten nur 90 Blöcke. In alle anderen Richtungen nur 90 Blöcke. Uh, ein Trader. Ich glaube nicht, dass der irgendwas Schönes dabei hat. Black Die, das wäre vielleicht was. Aber ansonsten Blue Ice. Für 6 Emeralds. Ne, kann man echt vergessen. Erstmal hier die... Die zuerst. Weil sonst spucken die uns an, wenn wir ihn killen. So, alles klar. So haben wir nochmal umsonst Leder und 2 Leads bekommen. Genau. Und was ich jetzt machen wollte, ist... Ich wollte den hier abbauen. Ich hatte... Ich wüsste selbst, wenn man schnell abbauen kann, ist es immer noch ganz schön langsam. Und außerdem wollte ich noch jetzt was Neues machen. Und zwar... Also zum Schluss der Folge sozusagen. Und zwar wollte ich... Ich habe da Wasser unten gemacht, keine Sorge. Und zwar wollte ich das jetzt ändern zu Haste 2. Weil wir haben jetzt hier die Möglichkeit dazu. Äh... Ich... Das letzte Mal, es funktioniert. Genau. Und... Dann würde ich sagen, wir gehen runter. Falsche Richtung. Und unten haben wir dann Haste 2. Und Haste 2 bedeutet eigentlich nur... Das werde ich dir gleich sehen. Wenn ihr Efficiency 5... Viele kennen das bestimmt schon. Wenn ihr Efficiency 5 habt und Haste 2, dann könnt ihr einfach so... Dann braucht ihr nicht mehr Strip zu meinen. Und das ist genau das, was ich will. Genau das, was ich brauche. Wir machen hier mal... Wir fangen jetzt einfach hier mal an. Genau. Und dann können wir einfach so... Alles weg... Einfach wegziehen. Und... Das finde ich gut. Ich wollte jetzt ein bisschen... Strip mine. Ich wollte jetzt... Also nicht mehr Strip mine, sondern jetzt... Ich würde jetzt so das alles wegziehen. Habe ich... Scharkerboxen-Inventar natürlich nicht. Gehe ich gleich nochmal hoch und hole welche. Aber auf jeden Fall können wir jetzt so alles wegziehen. Und mal gucken, ob ich noch ein paar Ressourcen dabei rauskriege. So, das war es erstmal, glaube ich. Weil meine Pickgags schon ziemlich... Ah, 157 hat sie noch. Aber von 1000... Von 1561. Deswegen... Ja, ich habe es hingekriegt. 13 Diamanten zu bekommen. Also 13 Diamanten-Ohr zu bekommen. Wir haben ja noch eine Fortune 3 Pickgags oben. Die natürlich das nochmal vervielfältigen wird. Und das werden wir jetzt sofort tun. So, ich habe jetzt einen kleinen Turm gebaut. Und mit klein meine ich... Ja, schon... Schon ein bisschen groß. Und zwar... Kann man das sehen? Ja. Ähm... Einfach aus allem, was... Was wir... Ja... Geholt haben an sich. Und ich würde jetzt gerne jetzt hier die Fortune Pickgags nehmen. Und einmal komplett runtergehen. Und mal sehen, wie viel wir rausbekommen. Wir haben jetzt hier ein paar Diamanten. Ich werde mitzählen. Einen. Da haben wir einen rausbekommen. Zwei. Da haben wir auch nur einen rausbekommen. Drei. Bisher nur Pech. Sechs. Okay. Also von dem dritten haben wir jetzt gleich... Richtig. Das war nur einer. Auch nur einer. Das waren zwei. Das war nur einer. Und wie viel haben wir raus? 20. Aus... Ähm... Ich habe nicht mitgezählt. Dann könnt ihr hier nochmal jetzt sehen, was ich bekommen habe. Ist nicht wirklich viel, aber ich habe auch nicht wirklich lange gemeint. Ich war jetzt vielleicht... Keine Ahnung. 15 Minuten habe ich höchstens die Pickgags bis zu 100 Durability runtergeschraubt. Und habe das alles bekommen. Und ich finde, das spricht für sich. Dass, wenn man mal eine Stunde meinen geht, dass man dann... Ähm... Stehen dazu vielleicht die Diamanten drin? Nein. Äh... Mehr als das... Drei... Also... Wenn ich jetzt eine Stunde meinen würde und ich habe in einer Viertelstunde 22 Diamanten bekommen, dann kann ich mir vorstellen, dass man ziemlich viel bekommen kann, wenn man das mal richtig macht. So, dann würde ich eine Sache gerne noch machen, bevor wir die Folge beenden. Vielleicht ein bisschen früh. Ich weiß, wir haben nicht viel gemacht. Aber wir haben halt diese Farm gebaut. Und die hat doch im Endeffekt ein bisschen länger gedauert, als... Äh... Als ich wollte. Aber... Weil ich halt... Ja, weil ein N zu bauen ist halt echt schon etwas, was man nicht gerne macht. Von daher... Ja... Reicht es, wenn wir jetzt... Wenn wir da jetzt nochmal kurz hier reinschauen. In diese... Kurz mal unsere Tools vollfüllen. Kurz warten, bis die Endermänner kommen. Kurz essen. Tun wir mal die... Boah, das ist trotzdem viel zu laut hier. Ich dachte, ich könnte... Aber ich konnte nicht. So. Ein bisschen runterdrehen hier. Die wollte ich eigentlich in die Opfer tun. Das müssen wir mal wegmachen. Alle Mending Tools. Alle Sachen, die... So aufgeladbar sind. Und dann schauen wir mal, wie lange wir dafür brauchen, die aufzuladen. Ihr seht, es geht viel schneller als die... Die Zombie-Farm. Jetzt haben wir schon fast die Hälfte wieder drin. Ne, ein Drittel. Ein Drittel wieder drin. Von daher ist es echt viel effektiver als die Zombie-Farm. Vor allem auch viel, wenn wir Mobs rauskommen. Mich würde natürlich dann interessieren, wie viele Endermänner wir getötet haben. Am Ende... Am Ende der Staffel. Also so ein Ding baue ich auf jeden Fall in der nächsten Staffel wieder. Weil es ist einfach etwas, was jeder brauchen könnte. Und jeder... Also wir brauchen es auf jeden Fall. So, damit ist die Sache auch beendet. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge UpdateCraft. Und bis dahin. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020